hallo willkommen zurück hier mit wwgc klingt wie wc hallo ohne wundern die muss ziehen ist immer eine neue Runde, neue Runde. Hey! Das wird so frech sein, der Hund, der Bläder. Dann darfst du noch weiterziehen. Boah! Geil! Geht ja schon wieder gut los, ja. Ja, und ich darf direkt ziehen, super. Ganz ruhig. Schön. Er hat kein Rot. Immer her damit, alles her damit. Ich werde da über. Jetzt doch da rum. Über mit einer Hilfe tauschen. Oh. Einmal durch. Oh nee, das habe ich doch nicht nochmal. Oh. Oh. Sag mal, geht's noch? Ja? Geht das, ey? Du hast mich, habe ich das Gefühl, oder? Nein. Du hast mich auch, oder? Hey, du hast jetzt 5 Grad noch mal. Was willst du eigentlich? Ja, ja. Nicht so eine Scheiße. Jetzt saß du noch ein paar Garten haben wir uns. Es läuft bei euch eigentlich in den Schmuch, wie ey. Aber rot hat er immer noch gerne. Danke. Sag doch einfach, dass ich nicht mitmachen soll. Ja. Ich werde noch geschlossen sein. Äh, Nerfi, was willst du haben? Gut. Danke, dass wir darüber geredet haben. Ach so wird das Spiel jetzt, ja? Ja. Ja. Ich darf nicht mehr, aber alle wieder mit spieren. Na. 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 Hahahaha. Ne, Nerfi, besser ist das auch nicht. Ha. Wechsel nochmal. Na. Das ist gute. So nochmal. Hahahaha. Oh. Jawohl. Wow. Was ne. Was ne Runde, ey. ja war klar war klar und er sagt man wieder nichts er schweigt wieso gefällt mir das gerade nicht nur ist noch vorne ich hasse dich was ein vogel wünscht mir nicht sonst geld hat er nicht gesagt hatte leider noch diese karte die farbe wechseln bin ich dabei du hast gerade mal so eine millisekunde zeit bevor die uhr und daran ich glaube ja gleich blau an der hallo da gibt es einen hasen drei sekunden irgendwie wechseln die farbe ist trotzdem scheiße bei blau bleiben können und wenn es geht sollen wir noch eine der kloppen oder stopp machen ja gut okay warum nicht was soll ich denn sagen jetzt sagst du doch heute rum es bringt mir nix wenn ich kein blauer du bist so ein arschloch wirklich was hat deiner karten wieder so ähm, ja Idiot wirst du mal bei blau geblieben hörst du mal auf jetzt hier hallo, hallo blau, ja, das ist gut, das ist gut so lala oh, jetzt brauchen wir zwei nein, 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 nein legt irgendwas anderes außer Geld bitte warum grün, bitte, warum grün warum, warum, hallo dafür kriegst du die da du hast damit angefangen er magst du nicht mehr mit uns unterhalten schade gott sei dank mach weiter, mach weiter du bist könnten so ja sicher 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 da mach ich halt so oh man du wiese ratte, du mich warte mal warte mal was für karten hatte musst du gerade erst mal überlegen hatte der noch geld ich würde drücken aber ich kann nicht das sind die falschen karten hast du eigentlich den sack dick ich habe der gefallen getan also wer kann die roh wie der mich nicht mehr mal die ratte ja toll mit acht oder was ich habe das gefühl das kurzschluss genau weiß was ich erwarte das wird gedreht geht er mir auf die nüsse ja toll ich habe so viel karten aufwand und kann trotzdem nicht das ist gut so weit ja super ganz toll ja fühlt sich jetzt super jahre also ne wasser flöte ja sicher jetzt muss ich auch noch legen wollte ich nicht muss ich aber verdammte zeige mich doch noch verdrückt mit der farbe gott im himmel schenk hier wieso habt ihr mal diese geilen karten und ich kriege nur schrott ja super ganz so mit der farbe wird es jetzt wieder glänzen oder was da geht's noch erinnert mich an irgendwas aber du aber kann er kein blau mehr oder was er so gespräch ja da wird natürlich so ist halt uno aber wir hatten ein paar zu wenig karten hallo wo soll ich den grünen wegnehmen und ich tue es wollen hört ja gar nicht mehr auf ich weiß es schon aber natürlich sehr schön du wolltest du mal sehen was ich verstanden habe jetzt weiß ich wie ich es auch die war meine behalten hallo ich bin aber gelb jetzt ja 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 wir genau von ricola wir müssen jetzt unbedingt irgendwas lange runde ja hat er nicht und einmal rum das ist gut danke schön halt die klappe hier gibt es noch zwei ziehen aber auf dem stapel hat er noch eine mit zwei ziehen von daher das war so klar das war so klar ich habe meine karten wieder ja ich war auch ich war sehr erfolgreich ja ich soll wieder ziehen oder was ja klar bist du ein ziehnmensch ein ziehnmensch was ist das denn ja der muss ziehen ja so wie ich jetzt ja 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 Ja, ich auch nicht. Das ist ja das Schlimme. Ich habe fertig. Man kann die hier hören, nur zur Info. Ja, alles kein Problem. Das, bitteschön. Bumm. Das war das Ganze. Warte. Dankeschön. Tja, mit wem willst du denn? Ja, ganz toll. Oh, da kommt aber noch was zusammen. Komm, noch eine. Komm, noch eine. Eine geht noch. Ihr habt ja keine Wahl. Kannst du mein Profilbild sehen? Du siehst ja, was mein Profilbild da zeigt. Fick dich. Ja, ganz toll. Bitte, zieh doch ein bisschen. Oh, nee. Jetzt kommt er wieder mit gelb an. Du lässt dir aber nichts Neues einfallen. Nein, nein, nein. Ihr wollt mich echt verarschen. Kann nicht. Doch, ich kann. Der, der, der. Uh, yes. Miros. Ich spars nicht, dass wir. WTF? WTF? Ja, das ist jetzt bekloppen. Sieh, wo fick dich jetzt geht, ey? Oh, der kommt bald schon. Oh. Hallo? Oh, noch mal mit Strahlen. Oh, der macht bloß 4 für 4. Oh, da kommt ja schon wieder mit Gabe an. Kann. Oh, what the fuck? Hm, plus 2? Oh, da können wir kuntern. Ich wusste es. Viel Spaß. Du weißt ja, was mein Profilbild ist. Immer schön lächeln. Oh. Oh, ehrlich. Ich hab meine Karten wieder. Du Arschloch. Kannst du wieder gehen? Nee, ich hab ja nix. Jetzt geht das schon wieder los. Und dafür darfst du jetzt sogar noch mal aussetzen. Ey, sag mal. Danke. Gerne doch. Ah, verdammt. Bitteschön, Herfi. Danke. Aber irgendwie auch nicht danke. Das geht so. Nee, du kannst es auch nicht recht machen, ey. Ja, nimm sie, nimm sie. Kannst du auch. Nein. Ey, ich hätte sie mal meine behalten, ey. Ziehen darf er. Ziehen. Halt die Klappe, du Fugel. Gerne doch. Ey, er weiß genau, was ich aufhand habe. Das ist ja das Problem. Ja, gib mir noch eine. Ja, komm, noch eine. Weiter so. Doch zehn. Auf zehn. Ich hab den Arsch nur nicht voll. Ah, 15. Ah, 15. Ah, komm. Ah, scheiße. Was nehmen wir denn? Jawohl. Gib ihm. Blau. Mir auswollt sich. Warum nicht? Blau ist eine schöne Farbe, finde ich. Finde ich auch. Was? Ja. Oh. Crazy, Alter. 50. Crazy. Oh, heftig generell, ey. Da gab's richtig Haar von hinten ohne Gleitgel. Oh, ja. Mit Schleifpapier. Oh, ho, 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 ho. Das ist für mich. Schön mit 80er Köln. Ja, mit so einer 80er Salzreihe wieder. Ey! Dass du dich Uno schimpfen darfst, du Sachtsack. Äh, jetzt, ähm, wot, wot, ähm, ähm, äh. Du bist. Du weißt doch, welche Karte. Gott sei Dank. Oh, ich hätte, das hätte ich, das hätte ich nicht gespielt, das wollte ich das auch nicht. Was für die Karte habe ich denn noch verhandelt? Weißt das noch? Ja. Das geht dich überhaupt nix an. Also weiß das nicht mehr. Ey, jetzt weiß das gleich wieder. Ah! Ja, scheiße, jetzt ist er wieder dran. Immer den blauen Eis wieder. Ja, sind die sieben da weg, Junge. Du darfst uns auch nicht. Oha. Meine Karten sind weg. Könnte mit jemanden drehen? Könnte mit jemanden drehen? Oh no. Ja, super, ganz toll. So lange wir jetzt nicht blauen spielen, ist alles gut. Oder keine Eins. Ich spiel keine blauen Eins, bitte. Ne vier, ne vier, ne vier, ne vier, ne vier, ne vier, ne vier. Es ist komplett egal was du spielst, ich krieg jetzt vier Plus drauf. Oder auch nichts. Jetzt. Ach, trotzdem ne blaue Eins. Was willst du denn mit grün? Jeder weiß, dass du ne blaue Eins auch beahnt hast. Du weißt aber nicht. Ja, was? Ja. Du hast eine Karte ja immer noch nicht abgespielt, also von daher. Bruno Koslowski. Ja. 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 Ich will meine Karten wieder zurück. Ja. Du bist ja den Sinn. Ja. Du bist ja auch ein bisschen mehr. Ja, das ist ja auch ein bisschen mehr. Ja. Ja, das ist ja auch ein bisschen mehr. aber ich war auch geärgert hätte doch lieber die plus vier gespielt sowas von verdient das war seine karten die ewige runde schon wieder keine eins mehr gab sorry ich habe nur eins gefunden warum nicht wenn du jetzt kein aussetzen oder sowas nächste auch du bist so ein arsch doch das gibt es doch nicht ich hätte ihn so hart an die müsse gehen können ich würde sagen wir machen an der stelle schluss bis zum nächsten mal macht's gut eure bbgc